Tadam! Servus! Servus! An 15.09. ist es soweit. Endlich wieder live auf der Bühne in Regnitz Losau. Ja! Wir spielen dort unser neues Album. Obwohl es noch nicht veröffentlicht ist. Das ist der Oberhammer an der Sache. Und wir brettern unser neues Programm auf die Bühne. seid also gespannt das heißt eigentlich eine Stunde oder ca. dreiviertel Stunde neue Songs von uns wir freuen uns auf euch peace out bis zum nächsten Mal